Hallo, herzlich willkommen hier bei der A&M. Heute zeige ich Ihnen mal den Ort, wo die Magie entsteht und wo wir Handwerksbetrieben dabei helfen, zu den erfolgreichsten Betrieben in ihrer Region zu werden. Los geht's! Was macht die A&M eigentlich? Die A&M ist die Agentur für Handwerksbetriebe und Fachfirmen rund ums Haus. Und was machen wir jetzt konkret? Wir helfen diesen Betrieben, mehr Fachkräfte zu gewinnen, dass sich endlich mal wieder die richtigen Leute bewerben und mehr Aufträge zu schreiben, wenn das Unternehmen wachsen möchte und eben mehr Planungssicherheit haben möchte. Und wir betreuen hier von Hannover aus digital deutschlandweit und in Österreich und der Schweiz eben über 600 Partnerbetriebe und helfen ihnen eben durch gezielte Online-Marketingmethoden Mitarbeiter zu finden und mehr Aufträge zu schreiben. Und Online-Marketing heißt ja letztendlich, dass wir Leute über digitale Wege aufmerksam machen auf ihren Betrieb, so dass diese sich bei ihnen bewerben oder eben eine Anfrage stellen für zum Beispiel eine Küche, eine PV-Anlage, ein neues Bett und so weiter. Und diesen Betrieben helfen wir eben. Und das machen wir natürlich zum einen, indem wir ihnen hier digital über das Internet helfen, ihre Kampagnen aufzubauen und in ihrem Marketing voranzukommen. Aber wir fahren eben auch regelmäßig raus zu unseren Partnerbetrieben. Letztens war ich beispielsweise bei einem Partner, den ich zu einem Riesenauftrag gratuliert habe und wir helfen ihnen da eben strategisch in ihrem Marketing weiterzukommen. Zusammen mit diesen Partnerbetrieben haben wir in den vergangenen Monaten auch den A&M-Fachfirmenkongress veranstaltet, wo wir eben die gesamte Branche zusammenholen und über die neuesten Entwicklungen am Markt sprechen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit der Marketingabteilung an und gehen mal rüber und schauen uns das Ganze dort an. Hier sind wir jetzt im Marketingbereich der A&M und das ist im Prinzip das Herzstück, denn unsere Marketing-Spezialisten hier kümmern sich darum, dass sie als Arbeitgeber in ihrer Region noch sichtbarer werden, sodass sich endlich die passenden Fachkräfte bei ihnen melden können und dass sie eben die passenden Aufträge auch schreiben und damit eben mehr Wachstum und auch mehr Planbarkeit bekommen können. Und wir sitzen hier auch mit unseren Partnerbetrieben zusammen und entwickeln neue Strategien, wie man sie eben als Arbeitgeber noch attraktiver machen kann, wie man eben noch mehr Aufträge schreiben kann, wie man in der Region noch bekannter werden kann. Diese Strategien werden hier mit unserem Team zusammen entwickelt und ja, wenn sie Fragen haben, können sie immer auf dieses Team hier zurückgreifen. Jetzt geht es weiter mit einem sehr, sehr wichtigen Part, nämlich der grundlegenden Strategieberatung. Also, welche Strategie wollen wir eigentlich in ihrer Region anwenden? Und dafür gehen wir einmal rüber in den Bereich der Strategieberatung. Hier sind wir jetzt im Strategiebereich der A&M und hier ist wirklich der Ort, wo ihre maßgeschneiderten Strategien erstellt werden zusammen mit unseren Strategieberatern. Das heißt, das Team setzt sich hier zusammen und überlegt eben auch gemeinsam mit ihnen, welche strategischen Maßnahmen kann man ergreifen, um ihre Ziele zu erreichen. Ja, ob das jetzt beispielsweise ist, mehr Mitarbeiter in ihrer Region anzuziehen oder eben mehr Aufträge zu schreiben, damit der Betrieb wachsen kann, diese Strategie arbeiten sie hier zusammen auch mit unseren Strategieberatern aus, sodass sie eben ihre Ziele erreichen können. Unsere Kollegen haben hier schon tausende Gespräche mit Inhabern von Handwerksbetrieben geführt und sie wissen eben ganz genau, worauf es eben ankommt und wissen, was in welcher Situation zu tun ist. Und wenn sie mal Lust haben, dass auch mit ihnen so eine individuelle Strategie ausgearbeitet wird, dann habe ich folgendes Angebot für sie. Denn diese Strategieberatungen, die sind völlig kostenfrei. Ja, sie können sich einfach bei uns melden und mit einem unserer Experten eine Strategie für ihren Betrieb in ihrer Region ausarbeiten lassen und das völlig kostenlos. Wenn sie da Lust drauf haben, dann gehen sie einmal hier unter dem Video auf www.am-beratung.de und melden sich so für ein kostenloses Erstgespräch an. Sie machen ihr Handwerk, wir machen unseres. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.